Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen heute zum 22. Dezember bei einem neuen Türchen. Mir fällt gerade auf, dass es hier unten so ein bisschen violett rausleuchtet. Haben wir etwa Pandoria unter den Stellen? Man weiß es nicht, man munkelt nur. Ja, nach der 22 musste ich auch ein klein wenig suchen. Ich habe im Vorfeld schon mal geschaut. Sie ist hier in dieser Keksbox drin und mal gucken, was sich da jetzt hinter befindet. Ich habe bislang nur geschaut, wo die 22 ist, aber nicht, was drin ist. Heute haben wir wieder ein Hintergrundbild für Handy, Tablet und PC bzw. Laptop und zwar das Stallbild, was wir hier sehen. Diese wunderschönen Star Stable Bildschirmhintergründe, diese wunderschönen, muss das heißen, das sind eher zu viel, diese wunderschönen Star Stable Bildschirmhintergründe sorgen garantiert dafür, dass du in der Weihnachtszeit und darüber hinaus gute Laune hast. So, ich zeige euch das Ganze mal noch, wie es aussieht. Surprise, nicht großartig anders, als es auch im Adventskalender schon aussieht. Das ist also heute im Adventskalender drin, das Adventskalenderbild als Desktop-Hintergrund. Gut, ihr Lieben, das war es dann für heute schon. Mal gucken, was morgen in Türchen Nummer 23 drin ist. Es ist nicht mehr weit, bis Heiligabend. Also dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Musik 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 Musik